War Jender... äh... Sch... 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 Schender... Ey ey... War Slender nicht mal... äh... Hat das nicht mal was gebastelt? Ne... War schon immer free to play... Ich hab das irgendwie mal in Erinnerung... Ne... Also nicht, dass ich wüsste... Außer Chip geht jetzt mittlerweile illegale Downloads an, aber ich will zweifle... Das glaub ich aber auch nicht... Wurde dem... der Image... ...dem Image der Seite ziemlich Schaden haben, die Blitzkrank oder sowas? Ne... Nix, dass mich graben könnte, also könnte ich mal ganz gechillt hier stehen bleiben... Graben... Ja, warum gehst du da nicht rein, sowieso? Ne, ich geh niemals in Gräser rein... Bin ich ein Face-Checker oder so? Ja... Du, ja... Merk schon... Ah... Oh mein Gott... Ey, Morde! Errissungs-Action angesagt! Wuuuh! Apemundo! Apemundo? Was machst du denn, Darkie? Darkie nennt er mich? Darkie! Na, so hab ich dich schon immer genannt... Darkie! Oh mein Gott! Oh mein Gott, dieser HBH! 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 So, wir müssen jetzt einen Mindens kaputt machen, weil... ...weil dort hat auch... O-M-In-Do- �ombaqug! Er weint doch nochmals hin... Oh mein Gott! Der Schogart! Nice! Etik! gluten attack! Etik! hat man dort auf die Dings nicht raufbekommen Scheiße Nein Nice Leute ist das easy Easy Aber das sagt man doch nicht, das macht man nur Das sagt man nicht, das macht man nur? Nein, man schreibt das nicht Man schreibt das Was? Man schreibt das nicht, man macht das Mann, ich wollte noch nicht... Oh my god, die ready herzig executed Amy executed, habe ich gerade gesagt Bleh Da verliert das mal Half-Life Oh, Oh, Oh man war es so OP gegen sitchen Warum bin ich so gemein gerade? Weiß ich nicht. Bist du doch immer. Das ist ne Lüge. Kann ich mal. Ich mag Knacker. Wuh, ja immer schön an. Ich wollte mit meinem E reinjumpen. Ich wollte gerade mit meinem E reinjumpen. Aber warum machst du denn das? Weiß ich nicht. Ich hatte Lust drauf. Boah, das gifft das so abartig. Ohne Mist. Nein, 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 nein. Du. Wuuuh. Wär's gut, hä? Wär's gut. Scheiße. Ich will den Mordor irgendwie so. Mach mal die Minions alle kaputt. Die identifiziert sind. Ich bin der Weiß. Was? Wie das denn? Hast du irgendwie erhöhte... Ne, aber ich hab mehr Kills. Komm, läuft. Kills die gescheitert. Komm, meine kleine Krabbe. Meine kleine Krabbe. Wie? Ah nein, das ist ein Monster. Meisterkram. Ich hab damit gar nichts zu tun gehabt. Neooo, lol! Das war jetzt so ein bisschen Fail. Wer ist unstopperbar? Oh my god, der Morde! Wie kann man nur so dermaßen lucky sein? Ah ja. Drecks Barriere, Drecks Checko Boxen, Alter, alles dreckig an Checko. Wie lange der Morde über... Ich habe kein Assist für den Morde bekommen. Komm, den kill will ich! Das ist doch scheiße, ey. Der drin, Alter, ist das... Ist das heavy, das Game. So schwer. Auf jeden Fall. Wir sind Stufe 7. Du lässt meinen Dark in Ruhe. Ich dachte, der wollte mich nom nom nom. Nom nom nom? Oder nom 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 nom? Wer ist eigentlich mal? Hm? Wuuu! Das ist ne Checko... Checko Box. Das ist ne Checko Box, ja. Da war ne... Da ist so... Da ist gewesen... Was? NEIN! Guck dir meine Artels an. Fail! Du bist so dumm. Nein, es hat gelaggt. Ist klar, Dark. Ist klar. Ich wollte mir mein Giant Pay kaufen. Scheiße. Ich hab schon das dritte Mal mit meiner Drecks-Ulti gefailt. Zwei Source Robots OP. Zauberer. Zwei Zauberer Boots. Entschuldigung. Jaaa, Mundo mehr OP-Damage bitte. Mann, ist das nicht schwer. Ja. Double Kill. Man, man, man. Double KS? Ne, gut. Aber von mir aus sind trotzdem beides meine Kills. Ob Double K ist oder nicht. So ist das neuerdings. Mhm. Außer wenn ihr den Easy bekommt dann. Das ist natürlich ein Kills-Tier. LOL der Morde! Tschüss. Oh ja. Von mir ist gar nicht drin stehen denn. Der kriegt nur jedes mal 400 Cent. Oh dieser Schacko. Fick dich. Eieieiei. Was ist denn mit den falsch, ey? Ich würd sagen wir haben das aber nicht drauf. Malz. 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 Boah ich isch lieber Makros. Ne. Boah! Ich find die Malze Änderungen haben die gut gemacht. Früher mal. Boah Alter, der kriegt 200 Schaden der Typ. 200? Mhm. 200. Ja genau, Annie. Nimm ihn mir weg du. KS Monster du. KS Monster. Und dann noch verkacken. Also wirklich, Annie. Oh fuck. Hää? Das kann doch gar nicht sein! Was ist, dass du schon wieder deine Ulti gefällt hast? ja ich verstehe es aber nicht ich hab die doch genau in die auf die drauf geworfen theoretisch ich versteh die ulti schon merkwürdig ist schon echt schwer zu treffen weil die ja so wenig hitbox hat alter ja keine ahnung ja ist schon echt schwer das ist der klon ihr folgt lol oder auch nicht ich hab 20 golfenesses bekommen tower agro op ich mach dem monos schaden aber ich krieg die agro nicht scheiße hm ich liebe malzer ich liebe malzer ich liebe malzer ich liebe malzer wisst du was fuck lol fail aber richtig alter da ist da ist da ist der guter weiß jemanden und in der spiel lo holen l l jetzt kann ich mir wenigstens mein mein scheinbild kaufen das ist gemein das ist gemein baby muffin bahn 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 hallo 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 sterb hallo tot der stadt nicht der stadt nice ach scheiße 1056 magiere die arme saue Juju Wuuuuh, das ist so schwer Oh yeah, auf jeden Fall